Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six League, das ist der Nettherber-Kraise. Und jo, ich heiße euch herzlich willkommen. Endlich mal eine motivierende Anwort von meinem Kollegen bei der Sportschau. Und nun zum Wettify Crazy. Ja, besser sieht man wieder scheiße aus. Wir werden uns nicht sehen, aber einfach nicht verlangen. Ja, es sieht ein bisschen nach Blutregen aus. Habe ich recht, mein Kollege? So, und unsere Crew Leader wird uns jetzt sagen, ich bin Operator. Mit Shotgun, mit Shotgun. Schön Bleckgeis. Ciao, das war nur ein Trailer. Nächste Folge kommt in 20 Jahren. Ja, das ist so aufwendig. Und dann einfach nur so eine Tagrunde. Ja, dann nur so nach zwei Sekunden ist schon zu Ende, weil einer Teamkill macht und boom, alle rausgehen. Wer macht denn hier auf, Mann? ja moin ja moin ja moin ja moin ja moin ja moin ja mach komm papa papa platz hier doch er will ja nicht platziert man ich will auch punkte kennt ihr das von dem moment ja ich habe angeschossen die kommt von dort ich habe views angeschossen die verstecken sich alle das war knapp ja 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 Warte mal, ich schreibe da nicht. Mann. Die sind schon drinnen, Mann. Die sind schon drinnen. Bitte. LOL, Mann. Die Missgeburt, weil keiner sagt, wo Fuse ist. Geh raus. Was macht der Typ? Geh wieder zurück. Da. Da oben. Behind you, behind you, behind you. Is here, here. Here, I marked, is sledge. Behind you. Nice. Na, mach lieber kill. Wen soll ich jetzt? Und gib mir nicht, Ash. Nice. Wen soll ich nehmen? Aber diesmal nicht mit dem Visier. Das ist viel zu ne große. Gehen soll ich rum? Gehen soll ich rum? Und nimmst. Und dann noch was. 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 Das ist, das ist für ein Mal. Die will ich nicht mehr. Und dann noch was. Danke. Ich bin mega... Ich bin mega... Ich hab gesagt... Ich hab's klar... Warte, die ganze... Nee, ich hab die Klammer genug, oder was? Versteht eh keine, oder? Von euch? Ja, hallo... Ich bin klar... Ah, Penis... 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 Schöne... Kinderfreundliche Sendung... Sendung... Ausgeschreit auf RTL2 RTL2 ist privat, ist scheiße, Alter... RTL2 ist ein... Drecksgame, Alter... Quevera... Da selber Roblox Roblox Robi-Fucky doch scheiße ich habe keine es ist nicht noch es gibt ihn ehrlich es gibt den sorgen hilf mir da oben hilf mir da oben junge ich sag hilf mir da oben crazy war links da meine ich ja wie will er denn da reingehen wenn er älter ist man ich habe er gefunden okay wer lebt noch mal den dropper jetzt auf hibana hibana ja mach mal hin du mir sind Ich mach den Wurf aus jemals auf, das hat jemand lange nicht. Doch, ich bin lecker. Wo? Nein. Also ich hab am Anfang nur seine Waffe kurz gesehen. Ich versuch's noch für mich hier. Ha! Wir werden aussieht gerne sehen. Wen soll ich nehmen, wen soll ich nehmen? Und welchen hatte ich? Oh, mit die Wanderer, die Wanderer sind in der Nähe oder so. Das ist, ähm, Bandit. Und wie zu eurem? Ja. Ja. Please, take it the last round, players. Ähm... Ja, so, okay, gewartet, jetzt mach ich zu. Und mach bitte hier nicht zu, ne? Ich mach hier ne Grenzen und dann warte ich bis zu da zu. Das war einfach. Ja? Ja? Hier nicht zu machen, hier ja. Mentoso, wer bist du? Äh, ne, crazy meine ich. Crazy. Crazy, wer bist du? Crazy. Du kommst zu mir? Warum? Helfen. Oder, Smoke, bleib du bei mir. Hi. Was machst du? Was machst du? Soll ich denn? Nee. Mach den. Wo haben die denn aufgemacht? Junge, warum macht der Typ da immer zu? Junge. Hier bei mir. Ja. Ja, hab erst einmal angeschossen. Oben, Trepp hoch. Ganz oben. Die haben klärt. Ja, warte, ich versteck mich hier. Crazy Ash, über der... Geh aus der Camp. Beide über dir Wo war der? Ja, nice Ja, ich wusste nicht, wo er war Ja, ich wusste nicht, wo er war Haha, easy Das war's jetzt mit dieser Folge Rainbow Seed City und ich wünsche euch noch mal so einen Abendtag Ich nicht Tschau Bye